Du bist so ein Scheißentreck. Ich muss dir eine Sache erzählen. Der war so korrekt. Neulich war echt so korrekt. Neulich war echt mein Glucktag. Was war? Mein Glucktag. Warst du schwimmen oder was? Gluck, Gluck. Was geht mit dir? Kannst du kein Deutsch? Glucktag von Gluck. Was soll das sein? Gluck, Glucktag, Gluck. Glucktag von Gluck. Ich hab mal Gluck. Gluck. Krass, Gluck auf. Gluck in Spiel, Liebe in Pech und Spiel. Krasses Spiel. Krasses Gluck. Warum? Was war? Der war so korrekt. Bei mir an der Tür hat ein Typ gekiehlingelt. Der war so korrekt. Was hat denn? Bei mir an der Tür hat ein Typ gekiehlingelt. Was soll das sein? Auf die Kiehlinge gedruckt. Du meinst geschellt. Konkret. Warum sagst du nicht gleich? Konkret geschellt. War die korrekt oder was geht? Der war so korrekt. Ich hab die Tour aufgemacht. Da hab ich den Typ gesehen. Aber da hab ich erst mal an den vorbeigeschaut. Weißt du was? Ich hab die Auto von denen gesehen. War korrekt der Auto? Die war die korrekteste Auto, die ich je gesehen habe. 3NBW. Noch korrekt. Wie 3NBW. Noch korrekt. Was war die für ein Auto? Die war konkret Mercedes-Benz 560 SEC. Die ist ein korrekt. Was war die für Farbe? Ein Schiebedach in schwarz. Schiebedach war schwarz. Und der Koffer am Deckel? Schwarz. Auch schwarz. Motorhaube? Schwarz. Und der Gummi um das Fenster rum? Schwarz. Und der Reifel? Schwarz. Und die Türe? Das ist auch schwarz. Und der Lenkrad? Die Auto war schwarz. Willst du mich verarschen? Die ganze Auto war schwarz. Halt die Fresse jetzt. Konkret. Und der Typ war noch korrekt wie sein Auto? Noch korrekt? Die gibt doch gar nicht. Da geschieht dann wie ein Eins. Mit einem Anzug an. Konkret. Die Hemd aufgeknüpft. Bis hier. Konkret. Ohne eine Krawatte an. Hier eine goldene, urgoldene Band. Hier eine goldene Halskette. Hier. Mit den schwarzen Haaren zurückgegelt. Mit der Sonnebrille in der Haare. Ich schwör dir, die war ein richtig seriöses Geschäft, Mann. So wie ich mal gerne wäre. Und was war der für ein Landmann? Was meinst du? Wo kam der her? Von welchem Land? Was war der für ein Landmann? Von wo kam der her? Die weiss ich nicht. Die hab ich nicht gefragt. Aber ich schätz mal 560 S.E.C. Und dann hat der so schwarze Lederlackschuhe angehabt. Ich schätz mal, der war ein Sigeuner. Alde, drehst du durch? Los geht's. Sigeuner, die ist ein Wort, die darfst du nicht mehr sagen in Deutschland. Die ist ein verboten Wort, Alde. Die ist keine korrekte Politik. Sigeuner, sagt der Alde. Sigeuner darf ich nicht mehr sagen. Die ist verboten, Alde. Die gibt doch gar nicht. Die gibt's nicht. Alde, die darfst du nicht mehr sagen. Was soll ich sonst sagen? Soll ich sagen Cindy und Roma oder Cindy und Bert? Die ist auch verboten. Da gibt's eine Abkürzung. Die darfst du benutzen. Weisst du Mem. Die sind drei Buchstaben. M-E-M. Die kannst du sagen Mem. Der war ein Mem-Mann oder ein Mem-Frau oder ein Mem-Kind. Mem. Der heisst mobile ethnische Minderheit. Das ist, weil der nicht mehr so viel mobiltelefoniert, glaub ich. WEIR-M –